So, willkommen zurück zu einem schlummerigen Part. Ich weiß, ich glaube, das sage ich jedes Mal, wenn wir schlummern. Auf jeden Fall willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Heute geht's nach Paradisia. Heute ist auch der vorletzte Schlummerpart. Also es ist ziemlich krass, einfach das zu sagen. Nach, ja, nach ziemlich, ziemlich langen Zeit, fast zwei Jahre begleitet uns das Spiel. Und so langsam, aber sicher, geht das leider zu Ende. Ich habe schon einen Plan, wie lang die Partlänge sein wird, beziehungsweise die Playlist. Aber da werdet ihr auf jeden Fall noch so genau rausfinden. Es wird auf jeden Fall leider nicht mehr so viele Parts geben. Aber keine Sorge, das ist ja nur Tafel 1. Und ja, auf jeden Fall geht es heute jetzt gerade auf die letzte Abonnenteninsel, nämlich von Melvin. Ähm, dieser hat mir passend zu Halloween seinen Schlummer-Code schon geschrieben. So, er hat geschrieben, ist nicht die beste, aber ich hoffe, sie gefällt mir trotzdem. Also mir in dem Fall jetzt trotzdem. Ich bin gespannt auf jeden Fall sehr. Ich sehe schon natürlich einen Pokéball hier. Ähm, cool, auf jeden Fall. Paradisia. Let's do this. Wir schauen gleich mal als allererstes. Wie immer. Warum haben wir hier noch... Oh, macht Sinn auf jeden Fall. Kamera, warum man hier ja nicht automatisch gleich... Oh, wow, okay. Du hast sehr, sehr viel bebaut und sehr viele Bewohner. Melvin ist gleich mal hier rechts. Okay, weil, wie immer, ich werde nur das Haupthaus anschauen. Alright. Ach, guck mal, ein Shop. Ja, gut, den Shop schauen wir uns auch an, weil ich schätze mal, der wird jetzt nicht so viel haben. Gisela. Ja, moin. Cool. Freut mich, dass sie erst dann Michael. Ich wusste gar nicht, was es den hier gibt. Den habe ich noch nie gesehen, diesen Bär. Lillian, Mandy, Dietmar, Steve, Angie oder Angela, dann Mareile, Tillmann und Freddy. Tillmann finde ich auch irgendwie einen coolen Namen. Alright. Alright. Dann fangen wir doch am besten unten an. Ah ja, gleich mal mit einem kleinen Nintendo-Logo. Alright. Und der Angangsparekt ist so ein bisschen städtisch, beziehungsweise ich glaube, die ganze Insel ist so ein bisschen mehr städtisch aufgebaut, wie ich so sehen kann. Okay. Ich freue mich, da kommt wieder der Pokéball zum Vorschein. Okay. Sagen wir, wenn ich, wenn ich... Gibt es hier einen Sterni? Ja, wenn ich gelb treffe, dann darf ich die Sternis kurz mal mitnehmen. Und? Ja. Gut. Dann muss ich sie wohl liegen lassen. Alright. Weiter geht es dann zu einer kleinen Strandbar. Sehr cool. Mit einem bisschen... Aha. Museum geht es hier. Alright. Du hast ja auch sehr kompakt alles. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Äh, die Röhre verwirrt mich immer bloß. Mal schauen, ob wir Nummer 2 sehen oder es einfach wieder in der letzten Stummerfolge ein bisschen Deko ist. Weiter geht es hier auch... Ah ja, moin. Zu einem Bewohner, nämlich Theo. Ich bin stark. Das freut mich für dich. Oh nein. Oh, das tut mir ja leid für dich. Die ganzen Rüben einfach hinüber. Oh je, meine. So. Auf jeden Fall weiter geht es dann zu diesem Platz hier. Ach, guck mal. Die Bärentatzen sind ja kiep. Wo das Stonehenge steht. Okay. Äh, auf diesem... Ihr wisst ja noch, auf diesem Stück Land halt, das man hier hat. Aber da sind so ein paar Päze. Alles klar. Und das hier soll... Äh, vielleicht eine Brücke darstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hm. Hm. Du kannst auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du die Designs selber gemacht hast oder nicht. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ach, das ist auch ein cooles Schild. Ja. Ich weiß nicht, ob das standardmäßig vorgegeben ist. Aber ja. Cool, auf jeden Fall. So, wer bist du denn? Du bist die Ella. Hübsch. Alright. Auf jeden Fall ein interessanter Style. Ganz vornehm. Und dann einfach so mit einer Taucherbrille. Und hier geht es zu einem kleinen... Oh, Mario-Bereich. Das ist ja mal mega cool. Erstens mal den Schirm genutzt. Ich weiß gar nicht, wie genau man den hinstellen. Wie man sich den anschauen muss. Damit so 3D... Ah, jetzt wirkt es 3D-mäßig. Seht ihr? Das ist wie so ein 3D-Block. Ganz cool bei den Steinen. Auf jeden Fall, der Stein ist ja mega cool. So, dass man hier so hochkommt und dann wieder weg. Und dann... Und... Und... Bowser hat leider gewonnen. Ich bin heute Bowser. Oh, ein Minecraft-Block. Oha, ja. Der sieht richtig, richtig gut aus. Muss ich sagen. Der passt übel gut. Also, krass. Wie gut der hier reinpasst. So, und dann sind wir bei einem kleinen Bewohnerhaus schon. Mit einem kleinen Vorteppich. Ja, cool. All right. Äh... Ach, guck mal. Hier ist ein kleines Pokémon-Hommage. Hommage. Wie auch immer man das nennt. Äh, ja. Gefällt mir ebenfalls. Hier geht es dann nämlich wieder zu den Häusern. Hier waren wir nämlich schon. Ah, ja. Genau. Jetzt würde es mich doch interessieren. Das eine ist ja das... Restaurant. Und der Bar. Oder wie das auch immer hieß. Ich habe es leider schon wieder vergessen. Äh, deswegen gucken wir hier doch mal kurz neben dem Haupthaus noch rein. Okay. Bist noch anscheinend ein bisschen dabei. All right. Also, was die Häuser zumindest angeht. Die Insel sieht ja schon recht, also ziemlich fertig aus. Sieht man halt an der Minimap. Wie viel du schon dran gearbeitet hast. Würde mich natürlich auch interessieren, ähm, wenn du das hier siehst. Wie viele Stunden. Time-Traveller. Nicht-Time-Traveller. So, das interessiert mich eigentlich immer. Ach, guck mal. Das ist hier so ein Durchgang, den man auch mit zumachen kann. Ja, cool. Ähm, na, jetzt ist die Frage... Ne, das kommt mir hier noch unbekannt vor. Aber da ist schon wieder der eine Bewohner, wie auch immer die so schnell hergekommen ist. Schauen wir mal kurz, ob ich sterbe. Und? Okay, absolut tot. Im Bau, all right. Ach, guck mal. Hier ist die zweite Röhre. Gut, dann haben wir die gefunden. Schaut an. Es gibt ja vielleicht noch mehr. Ich weiß ja nicht. Ein kleines Blumenbeet mit einem Mini-Teich. Sehr schön. Noch ein kleiner Teich. Ah, wie die hintereinander laufen jetzt. Shopping-Time. Sagt der Shop. Shopping-Time. Mhm. Wir schauen mal kurz. Weil hier ja Club steht. Hier wohnt schon ein Bewohner, oder? Ja, die Gisela wohnt hier. Und das Haus sollte mir eigentlich bekannt vorkommen. All right. So, aber mittlerweile braucht man ja eigentlich gar nicht mehr diese Bewohner, die zum Beispiel heißen Shop oder so. Weil man ja jetzt die Bewohnerhäuser mit dem Update zumindest umgestalten kann. Mir gefällt das auch immer. Ach, guck mal hier, dass man zum Rainer hingeführt wird. Okay. Da kommt man auch durch eine Röhre nochmal hin. Dann hier hinten natürlich der Durchgang. Oha. Wow. Das sieht ja mega cool aus. Das sind, glaube ich, alle möglichen Bärnsplitter, die man so weit finden kann. All right. Dann wieder ein kleines Blumenbeet. Mit den Anemonen. Die jetzt hier auch einfach mal sind. Ja, sehr schön. Aber das kenne ich natürlich, wenn hier so random Blumen wachsen. Okay. Und dann ein kleines... Kann man hier ein kleines Spiel spielen oder so? Wahrscheinlich hat das was mit dem Magier zu tun. Letztlich zumindest mal auf jeden Fall eine Dürbenverkleidung und einen Stahlträger bekommt man hier. Oh, das sieht ja mega schön aus. Zusammen vor allem. Diese Fische sind ja eh so cool. Das gab es ja irgendwann... Ich weiß nicht mehr wann. Dieses Jahr auf jeden Fall Anfang des Jahres. Glaube ich so im Februar oder so. Mega, mega schön. Also ja, du hast auf jeden Fall jede Menge Items benutzt. Oh ja, dann zweimal an Karneval teilgenommen. Alles klar. Oh ja, okay. An sich hier eine Karneval-Ecke. Äh, ich muss aber nochmal ganz, ganz kurz zurück, denn wir haben hier eine Kleinigkeit verpasst. Hier oben ein kleines weiteres Wohnhäuschen. Okay. Also wie gesagt, deine Insel ist sehr städtisch. Auf jeden Fall sehr voll auch. Und sie... Also nicht im negativen Sinn gemeint, sondern voll im Sinn von sehr viele coole Items benutzt. Auch Event-Items. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Aber gut, wenn ich mir das jetzt... Also, tut mir leid, wenn es so rüberkommt, aber es soll konstruktive Kritik sein, wie häufig. Wenn ich dir einen Tipp geben kann, dann auf jeden Fall nochmal die Strandgestaltung dir anschauen. Weil die hat immer noch sehr, 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 sehr viele leere Stellen. Und vielleicht ist es ja mittlerweile anders. Wie gesagt, der Schlimmer-Code ist ja jetzt auch schon so... Ja, zwei Monate ungefähr. Wow. Als ob die Haie so riesig sind. Ja, und ja. Auf jeden Fall Designs gefallen mir auch. Vor allem, dass es so viele Variable sind. Und immer, ja, wie gesagt, ein bisschen was anderes. Auch diese Streifen immer. So im... Ach, guck mal. Das soll, glaube ich, eine Treppe darstellen, ne? Oder einfach so ein Streifen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das ganz cool. Eine weitere Röhre. Ist ja schade. Ich wünschte immer noch, dass sie das nachpatchen würden. Dass man zum Beispiel eine blaue Röhre machen könnte. Dann kann man blau mit blau verbinden. Grün mit grün und so. Aber ich glaube, das ist in Nintendo einfach zu hoch. Ehrlich. Ach, guck mal. Und diesen Weg hier haben wir gar nicht gesehen. Ja, ist natürlich auch mega cool. Wo man dann zu einer Bewohnersiedlung kommt. Wo ich, glaube ich, vorbeigelaufen bin. Also, ja. Äh, das habe ich aber ja ganz oft. Ein kleiner Park hier. Genau, hier waren wir jetzt. Jetzt kommen wir wieder da an. Also, oben waren wir, besser gesagt. Ein kleiner Park. Alright. Ja, auf jeden Fall echt cool. Muss ich sagen. Gefällt mir. Und hier gibt es einen Sprungstein. Ja, tatsächlich. Zudem, alles klar. Hier hinten waren wir noch nicht. Aber sonst, glaube ich, waren wir mittlerweile ein kleines Kürbisfeld. Äh, überall. Wenn ich mich nicht täusche. Also, klar, wir waren noch nicht im Haus. Ist ja logisch. Das sollte jetzt aber, wenn ich die richtigen Erinnerungen habe, genau das hier unten sein. Ach, hier ist der Keimingplatz. Genau. Wie gesagt, alles sehr zentral. Oh. Und da möchte ich doch gleich mal... Ich hoffe, ich kann mich... Ne, ich glaube, ich kann mich da leider nicht hinstellen. Ne. Okay, dann tut es mir leid. Ich hätte mich gern als Werk oder was auch immer das ist verkleidet. So. Dann da unten ist noch ein kleines japanisches Haus. Alright. Ich würde jetzt gern den Weg zum Strand finden, aber da finde ich den nicht. Ja, also, es gefällt mir sehr auf jeden Fall. So einen Typ von Insel habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Deswegen freut mich, dass ich sowas wieder sehe. Mal wieder. Also, so ein städtisches Ding mit allen möglichen Items einfach. Wobei ich persönlich... Also, es ist ja nur meine persönliche Ding. Es kann ja gut sein, dass dir das am besten so gefällt. Dann macht das gerne auch so. Geht jetzt an jeden. Auf jeden Fall. Oh. Interessantes Wohnzimmer. Aber ich persönlich mag ja gerade zum Beispiel... Also, meine Insel hat ja auch nicht so ein wirkliches Thema. Meine Güte, ich verhasse mich hier. Aber jetzt im Nachhinein würde ich doch lieber so ein Thema bevorzugen. Aber wie gesagt, das ist ja jedem selbst überlassen. Oh. Wow. Eine riesige Fernsehecke. Okay, mega cool. Auch hier im Schwarz-Weiß-Design gehalten. Alles. Alright. Achso, ich dachte mir gerade zwei verschiedene Sounds. Wie geht das? Nein, das liegt einfach nur daran, dass der Fernseher läuft. Und natürlich noch ein fetter Server. Alles klar. Wohnzimmer gefällt mir auch. Das ist einfach so all in all. Einfach so. Keine Ahnung. Alles. Einfach alles in allem. Ganz schön cool. Gut, dann würde ich sagen, auch cute Teppiche. Der Teppich ist ja mega hübsch. Oha. Der sieht auch richtig edel aus, ne? Wenn man so ein edles Zimmer mal will. Den würde ich empfehlen. Auf jeden Fall. So, dann komme ich hier zu einem etwas bunteren gehaltenen Zimmer. Alright. Mit ein paar Scheinwerfern. Wo man auch wieder Fernseh schauen kann, wenn man will. Okay, ich kann es nicht. Das geht nur, wenn er einen Schlimmercode anwahl. Alles klar. Nimm Jim. Den kleinen. Achso, jetzt verstehe ich die Abtrennung. Hier ist ein kleines Jim. Und hier ist einfach so eine Chill-Ecke. So eine Hobby-Ecke. Ich weiß nicht, ob das deine Intuition war. Das war jetzt aber mal meine Interpretation, sage ich mal. Gut. Dann, tatsächlich haben wir jetzt mal bei den Räumen angefangen, die ich sonst immer als allerletztes mache. Aber ist ja eigentlich auch egal, in welcher Reihenfolge wir das Ganze machen. Wir machen weiter mit dem linken Zimmer. Und wie gesagt, danach schaue ich aber mal. Ah, jetzt aber auch ganz klar ein Badezimmer. Vorsicht, Rutschgiffer. Ja. Richtig schön. Ah, dieses Muschelding gefällt mir auch richtig gut, der Teppich. Wow. Ich glaube, den habe ich sogar. Ja, den sollte ich eigentlich auf jeden Fall haben. Aber ja. Wie gesagt, er gefällt mir auch schön. Also, er ist echt schön so. So. Alright. Dann hier der Stab vom... vom... vom Oster-Event. Oh Mann, oh Mann. Ich bin heute schon wieder ein bisschen schwer vom Begriff. Keine Ahnung, bin ein bisschen müde. Oh mein Gott. Hilfe, Oos. Hilfe. Ich gehe mal die wieder, wieder Oos. Aber hey, ein Osterzimmer, das natürlich auch bei der Akademie des Schönen Hauses einem extrem viele Punkte einbringt. Dann kann ich es gut verstehen, auf jeden Fall. Und es ist einfach so wunderbar farbenfroh, ne? Wenn man das mag, dann ist das mega cool. Ich habe einfach nur Angst vor dem O. Oh. Gut. Und dann hier noch eine Küche. Alles klar. Auch mehr so im Heute-Style gehalten. Ähm, genau. Und so ein bisschen Blech. Alles klärchen. Ja, cool. Kannst mir gerne auch mal deine Ideen von den einzelnen Zimmern schreiben. Auch wenn ich das richtig verstanden habe, so wie es ist. Aber gut. Ich denke mal, damit haben wir tatsächlich schon den Großteil, beziehungsweise ich hoffe zumindest, das Allermeiste dieser Insel gesehen. Und ich würde sagen, das war die letzte Abonnenten-Insel. Wir schauen uns aber natürlich heute noch eine weitere ganz, ganz coole Insel an, die mich einfach überinteressiert. Und Bauhaus in Bau. Ach so. Okay. Ja, cool. Solche Zettel sind ja immer ganz witzig. Genau. Und wenn wir jetzt hier wieder beim Eingang sind, dann hoffe ich doch mal, wenn wir uns nochmal die Karte angucken, dass wir so ungefähr überall waren. Ja, an die Brücke kann ich mich erinnern, an die Sprungsteine, dass ich unten und oben war. Ja, ich sehe auch, by the way, gerade, dass du den Fluss auch so ein bisschen, ähm, so wie ich halt versucht hast, ähm, beizubehalten oder sogar komplett beizubehalten. Also ich mag die Idee ja auf jeden Fall auch sehr gerne. Gut, aber jetzt würde ich sagen, es geht ab zu einer nächsten Insel. Aber jetzt gucken wir erstmal, was wir bekommen. Okay, leider gar nichts. Ab auf die nächste. So, und damit sind wir auch schon auf dem Weg zur zweiten Insel, einer ganz, ganz schönen, besonderen Insel, muss man sagen. Nämlich gehört diese Insel Loop Eisel. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen wird. Genauer gesagt ist das, wie gesagt, ich habe ja vorher schon gesagt, das war die letzte Abonnenten-Insel. Und das hier ist die Insel von, wir haben uns schon mal die offizielle Nintendo-Insel angeguckt. Und das ist jetzt die offizielle Insel von H&M. Ähm, was ich ziemlich interessant finde. Und ja, ich freue mich drauf. Äh, da sieht man auch eine ganze Kollektion von H&M. Äh, ja, ich finde es einfach ziemlich witzig. Deswegen, genau, gucken wir, was diese Insel so zu bieten hat. Äh, die gibt es jetzt auch schon, keine Ahnung wie lange, auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Ich habe es mir immer, immer vorgenommen. Und nun möchte ich das endlich gemeinsam mit euch angucken, weil es einfach eine coole Idee ist. Ich finde es mega cool, dass so ein Konzern einfach eine Animal Crossing Insel hat. Da sieht man auch schon das Logo, H&M. So. Und dann sind wir auch schon drauf. Hier in einem tiefen Schlaf von Loop Eisel. Eisel, keine Ahnung. Ah, Isle. Nee, Isle auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist sie. Sie sieht tatsächlich echt krass hier gebaut aus. Und wir kriegen gleich mal ein bisschen was. Ja, einfach so abholen. Was gibt es denn hier so? Ach ja, guck mal. Ein Partyknaller. Den rüsten wir doch gleich mal aus. Mal gucken, vielleicht können wir ihn ja gebrauchen. Ich muss sagen, by the way, ich falle... Ja, ich gewöhne mich so langsam an diese Frisur und bin ich kein Fan. Auf jeden Fall schauen wir uns diese Insel jetzt einfach mal an. Es gibt... Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, dann kann man auch nicht überall hier auf der Insel rumspazieren. Aber das werden wir alles noch herausfinden. Hier ein kleines Café erst mal. Dann kann man hier nach oben gehen. Zum Museum. Genau, das ist hier, wie man sehen kann, nicht einmal ausgebaut, weil die Insel halt einmal kreiert wurde und dann halt auch nicht mehr. Aber ich finde das auch voll in Ordnung. Und das passt auch so. Oh, keine Bienen catchen. Wir sind ein cooles Ding da einfach. Richtig schön. Okay, dann gibt es hier zur Schneiderei. Da kann man ein bisschen H&M Fotos machen. Da kann ich euch auch mal was zeigen. Und zwar gibt es jetzt seit dem Update eine neue Kameraposition. Nämlich, es gibt ja diese vier Dinge. Eins, zwei, drei und vier. Wenn ihr die dritte macht und dann noch so macht, dann schaut mal diese weite Kameraposition an. Das ist ja so. Ich liebe sie einfach. Wenn man jetzt ja hier vibet, dann kann man ein cooles H&M Foto machen. Genau. Also das ist eine richtig coole Kameraposition, die ich auf jeden Fall empfehlen kann und die mal empfehlenswert ist, auch sich anzugucken. So. Dann gibt es hier eine kleine Strandbar und wortwörtlich eine Strandbar, denn dieses führt uns auch hier auf den Strand. Oha, sogar mit Freeze-Bäumen. Also ja, krass, was da alles hier drinsteckt an Ideen, die wir halt sogar alle benutzen als aktive Animal Crossing-Spieler, ne? So. Ich bin gerade noch ein bisschen überfordert, deswegen renne ich hier nochmal ganz, ganz kurz durch. Okay. Wir merken uns, wir sind beim Laden stehen geblieben und gehen jetzt nochmal den Strand entlang. Das ist halt eine Basic-Strand, äh, die, die einfachste Strandgestaltung, die man eigentlich machen kann. Die einfachste halt, die richtig schön auch ausschaut, finde ich. So, ach, guck mal, das war jetzt auch, glaube ich, ziemlich symmetrisch sogar. Und hier kommt man dann in Richtung Häuser, auch hier oben mit dem Leuchtturm, man kennt's natürlich. Und ja, dann ein Einserweg, das kennt man zum Beispiel so gar nicht, ne? Ah ja, krass, hier die Bewohner-Siedlung, ich bin leider alle eingesperrt in ihrem Haus. Ach, guck mal, da wird hier der Zaun, oh, benutzt wie so ein, ich packe's mal lieber weg. Oh, sie ist ja eh so cool, ich glaube, sie heißt Etoile oder so. Wie so ein Gartentor, aber leider ist das ein Zaun, der sie einsperrt. Gut, dann würde ich jetzt sagen, weil wir jetzt ziemlich weit oben sind, dass wir jetzt mal zum Campingplatz hochrennen. Genau, hier. Ihr seht's auch immer, Nachheiligkeit in Form von H&M setzt sich jetzt auf Nachheiligkeit und so. Finde ich ziemlich cool. Und wow, ich wusste gar nicht, dass sowas möglich ist. Das ist cool. Immer ein H&M-Zeichen. Auch hier wunderbar. Oha, schaut's euch an. Ich, keine Ahnung, warum mich eine Blumenwiese so beeindruckt, aber ich find's einfach cool. Was soll ich sagen? So. Genau, dann auch nicht fischen, beziehungsweise nicht überfischen, wollen sie damit wahrscheinlich sagen, nicht zu viele Bienen und so catchen. Eine wunderbar riesige Blumenwiese, wow. Also was die für einen Eindruck vermitteln kann, so eine riesen Blumenwiese. Und dann kommt man hier wieder auch genau so runter, wie man hochgekommen ist. Alright. So. Na gut, dann sind wir jetzt wieder in Richtung Museum. Genau, hier waren wir ja schon. Perfekt. Das heißt, wir kommen hier irgendwie zurecht. Ja, perfekt. Oh, das ist ja jetzt super aufgegangen. Ich möchte nur, upsie, kurz mal gucken, ob wir denn hier jetzt alles gesehen haben. Ah ne, guck mal, wir waren jetzt da nicht über dem Museum. Beziehungsweise seht ihr da, wo so viele Punkte sind. Ja, nördlich vom Museum. Genau, und wir haben uns auch noch nicht die Bewohner, nämlich Pascal. Ach, guck mal, da müssen wir später auch nochmal vorbeischauen, wenn wir alles gesehen haben. Monika, Natascha, Konrad, Bill, Quentin, Michelle, Rolo. Oh, und wie heißt die jetzt? Etwa, ja, tatsächlich. Und Tobi ist ja auch von den Sanrino. Walli und auch Bill. Das sind ja die Bewohner. Alright. So, und jetzt schauen wir eben hier weiter. Hier gibt es so einen kleinen Wochenmarkt anscheinend. Oh, mit dann sogar eine Hundehütte. Ne. Absoluten Brunnen und keine Hundehütte. Alright. Aber ja, gefällt mir ebenfalls ein kleines Blumenbeet, dass man hier auch so viel betreten kann. Und dass eben mit Einserwegen gearbeitet wird, das ist ja wirklich extrem selten. Okay, da kommt man, glaube ich, jetzt gar nicht rüber, leider. Wegen Bauarbeiten geschlossen. Dann ist dieser Bereich wohl noch der Natur überlassen. Ist aber eigentlich auch eine ziemlich coole Idee, um halt so zu sagen, yo, ich habe da noch nicht gestaltet. Ja, ne, also kommt mal bitte nicht hierher. Genau, dann hier kommen wir wieder hier hin. Aber ich suche jetzt gerade, genau, wir müssen, glaube ich, hier durch. Und da unten ist jetzt irgendwo das Haus. Ey, ich bin verwirrt. Weil Einserwege, na klar, wir haben jetzt hier gerade keinen Einserweg. Hier ist sogar ein Dreierweg, ja krass. Aber trotzdem, ziemlich interessant, wie gesagt. So, hier, genau, das ist ja dann auch das Haus, das wir uns später anschauen. Aber hier geht es jetzt gleich noch irgendwo nach links, wo wir eben noch nicht waren. Genau, hier die Bewohnersiedlung, die haben wir uns ja schon angeguckt. Und nun geht es noch hier, Moment. Wenn wir hier einmal uns durchkennen, wäre auch eine echt große Bewohnersiedlung. Gehen wir nach links weiter. Auch so ein kleines Haus. Plus, das kann man ja mittlerweile mit dem 2.0 Update viel besser umgestalten. Er hat auch ein recht großes Bildschirm. Genau, recht großes Bildschirm. Ne, ein recht großes Grundstück. Okay, dann gucke ich jetzt erst allererstes mal. Ach, guck mal, hier kann man sogar einmal um den Teich. Sehr cool. Und dann kommt man... Ah ja, hier wird wieder mit dem Schirm... Krass, wie viele damit arbeiten. Ah ja, hier ist so ein kleines... Ein kleines Feld einfach nur. Schaut mal, hier wird wieder gearbeitet mit dem Schirm. Ich finde das auch mega cool. Einfach, ähm... Das soll so ein Obstkorb sein. Es ist einfach schön. Ich mag das Design mega gerne. Vielleicht mache ich davon auch nochmal ein kleines, feines Foto. Kommt das so auch noch gut drüber? Ja. Na dann, äh... Würde ich sagen, es wird Zeit, dass wir uns... Ah ja, hier steht auch eins. Aber ich habe... Ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Ich glaube, wir haben tatsächlich alles gesehen. Das wird ein recht kurzer, schlimmer Part tatsächlich. Weil wir die Inseln da doch schneller gesehen haben, Eis gedacht. Aber das ist ja auch nicht so tragisch, so. Achso, da geht es gar nicht weiter. Ich dachte mir gerade, so, wo soll ich jetzt lang? Und dann ist mir auch... Ja, hm. Anscheinend gibt es nur diesen Einweg. Gut, und jetzt kommen wir, wie gesagt, noch in das Haus. Ich habe mir mal hier ein Part so angeguckt. Ich hatte es erstens mal ganz anders in Erinnerung. Muss ich mal sagen. Und zweitens weiß ich jetzt gar nicht, wie das Haus mir ausschaut. Deswegen ist es umso cooler. Dass wir da jetzt reinschauen können. So. Alright. Also hier ist erstmal so ein bisschen businessmäßig. Von H&M. Ach, guck mal. Es gibt hier auch nur, äh, drei, ne, was sag ich eigentlich? Vier Räume. Genau. Hier ist erstmal der Business Room. So mit Wartebereich. Ah, ne, das ist wahrscheinlich so für die Mitarbeiter zum Entspannen. Hier können die arbeiten. Und natürlich auch wieder das Logo. Auf der Tasse. Oh, das ist richtig clean auf der Tasse. Wahrscheinlich, weil es so klein ist. Ist auch gerade noch ein Telefon. Gut. Dann gehen wir mal hier in den, äh, Raum, der noch im Hauptraum hier ist. Ist es eigentlich auch ganz cool, wenn man sein Haus nicht ganz ausgestaltet wird. Dann hat man halt viel mehr Möglichkeiten. Ah, okay. Hier werden so, hier wird das Ganze kreiert. Also die Klamotten. Die haben natürlich alles hier ein Ding. Genau. Hier haben Whiteboard Ideen. Wahrscheinlich für neue Klamotten. Dann hier wieder das Logo natürlich. Da die ganze Wolle. Und natürlich, man kann es auch gleich mal versuchen anzuprobieren, wenn man das denn möchte. Richtig kreativ. Auch, was da alles gerade auf dem Tisch lag. Ne Schere. Ne Wolle. Keine Ahnung. Alles mögliche. Dann hier, wie gesagt, das cleane Büro. Und jetzt gucken wir mal noch, was oben und unten uns erwartet. Was ebenfalls natürlich wieder passend dazu ist eben. Okay, hier ist so ein kleiner Erholungsbereich, was jetzt nicht unbedingt was mit H&M zu tun hat. Nicht mal mit Logo. Oh, oh, oh. Ein Raum ohne Logo. Aber das ist ja cool. Das erinnert mich irgendwie, wie wenn man so Schallplatten an die Wand hängt irgendwie. Vielleicht soll die das auch sein. Ich weiß es nicht. Oh ja, der Bücherstapel auch. Wieder ein helles Design. Gefällt mir richtig gut. Und nun wartet noch der Keller auf uns. Okay, da bin ich jetzt nochmal gespannt. Naja, ob wir vielleicht nochmal was finden können. Eine Nuance an H&M. Oder eben doch einfach eine ganz normale Hausgescheine. Aber ja, wie gesagt, ich finde das mega cool. Wenn Firmen sich sowas machen. Deswegen wollte ich euch auch auf jeden Fall nochmal drauf aufmerksam machen. Dass ihr euch diese vielleicht anders auch noch anschauen könnt. Ah, I see. Jetzt halt genau. Von so einem Raum habe ich geredet. Guckt mal die Beleuchtung hier an. Das ist der H&M-Laufstück. Hier sitzen anscheinend so die... Entweder sind es die Models oder es sind die Leute, die... Ne, ne, ne. Guck mal. Ah, ist das cool. Guck mal. Das Outfit trägt sie hier, glaube ich. Ne, das sind... Aber ja. Auf jeden Fall mit Custom Designs haben die ihre neueste Kollektion. Ich glaube aber, das war tatsächlich schon die vom letzten Jahr. Also nicht mehr die neueste. Aber im Mai war es die neueste Kollektion. Hier in Custom Designs eingeführt. Ja, und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, dass ich dieses rechts oben, dieses blaue an habe. Und dann laufe ich hier den Aufstieg entlang. Das ist doch mal mega witzig. Ich fühle es übel. Wirklich. Ich muss sagen, ich fühle es richtig. Dann natürlich noch ein bisschen ein Nebelboden. Dann natürlich... Ah ja, genau. Man geht nach oben. Man geht nach vorne. Man geht nach vorne. Dann, Leute, macht man eine kleine Pose. Gut, die sind ein bisschen nicht passen. Dann läuft man ja nochmal zurück. Ich glaube, so funktioniert das. Ich habe keine Ahnung. Noch eine Pose. Und natürlich, zu guter Letzt, für die maximalen Fotos, gibt es nochmal ein... Bitte lächeln. Ja. Sehr cool. Und, damit man auch die Fotos zu spüren bekommt... Ey, was ist das denn? Oh. Bitte schön, habe ich doch, ey. Achso, ich dachte, das ist ein neues. Ne, wo ist denn das jetzt? Ähm... Muskelspiel. Eieiei. Jawoll. Ja, okay, Leute. Gut, aber ich würde sagen, das war doch mal ein schöner vorletzter Schlummerpart. Wenn er euch gefallen hat, dann zeigt mir das auf jeden Fall gerne mit einem Abo und einem Like. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in einer neuen Folge von Animal Crossing New Horizons schon bald wieder. Musik. 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 Vielen Dank.